Was geht ab Leute, Sane ist wieder da Mit dem Kapitel Review zu 932 Jahr Mit dem schönen Titel Der Shogun Und die Cortesan Und das alles, wie immer, nach einem kurzen Intro Und ja, keine Angst, ich werde jetzt nicht das ganze Video über auf diese Gitarre rumklimpern Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind meine Gitarren-Skills eher nicht ganz wirklich vorhanden Diese Gitarre gehört meiner Freundin und ich dachte einfach mal, für einen kleinen Teaser am Anfang wäre es doch mal ganz lustig Dann fangen wir aber jetzt an mit dem Kapitel Review Und zwar auf der Coverpage sehen wir Cesar Clown wie er eine Stellenausschreibung ausschreibt Denn er sucht wieder Angestellte um gefährliche Waffen herzustellen Um ihn herum stehen laute Ziegenmänner die seine Stellenausschreibung aber auffressen Dann switchen wir auch direkt rein ins Kapitel und zwar auf dem Bankett von Orochi Dort spielt Komorazaki auf einer Gitarre Die spielt wahrscheinlich genauso gut wie ich Alle finden, dass sie wirklich wunderschön spielt Aber da kommt auch dann direkt gleich mal das Erste Denn jemand stellt die Frage, warum sie immer, wenn sie diesen einen Song spielt Also sie spielt wohl irgendeinen mega bekannten oder bestimmten Song Zieht sie sich ihre Maske auf und ich denke, da steckt mehr dahinter, als dass sie rein nur Musik spielt Variante 1 Sie ist ähnlich wie Brooke von den Fähigkeiten her und kann mit ihrer Musik die Leute in gewisser Weise beeinflussen oder sowas Dass ihre Musik in irgendeiner Form irgendeine Kraft dahin verbirgt Und mit dieser Maske verdeckt sie vielleicht das Ganze Beziehungsweise vielleicht hat sie da auch innen drin so kleine Earplugs, dass sie selber die Musik nicht hört Wäre jetzt mal eine Variante Ich bin auch gespannt, was sie da für einen Song klimpert Vielleicht ja diese Japano-Version von Binks Sake Wäre auf jeden Fall lustig Dann kommen wir wieder rüber zu Robin Denn die ist ja immer noch umringt von den Oniwabanshu Ich hoffe, die heißen so Ja, auf jeden Fall wollen sie von Robin antworten, wer sie denn eigentlich ist Sie hat jetzt zwei Möglichkeiten Entweder sie sagt die Wahrheit und stirbt einen schnellen Tod Oder sie lügt und sie wird gefoltert Robin entscheidet sich, sie behauptet, sie wäre der kleine Junge, dieser Oxfree Boy, wie er im Englischen heißt Der eben nachts immer von den Reichen klaut und das Geld den Armen gibt Ich verstehe bisher immer noch nicht, warum sie das behauptet Ich meine klar, die dürfen natürlich nicht wissen, dass Robin der Strohbande ist Und die ganze Strohbande da ist Sonst würde der ganze Plan gefährdet werden Aber ja, diese Behauptung ist dann schon etwas seltsam Naja, auf jeden Fall Finden die Ninjas diese Antwort etwas seltsam Und ergreifen Robin Sie wird mit einem Lasso gefesselt Schurikens werden nach ihr geworfen Aber Robin wäre nicht Robin, wenn sie nicht so smart wäre Und sie löst sich auf einmal in einem Meer aus Blumenblättern auf Denn die Robin, die wir im Kapitel gesehen haben, war nicht die echte Robin Sondern nur ein Klon gemacht mit ihrer Teufelsfrucht Natürlich erstattet sie gleich Meldungen bei Nami und Shinobu und Brook Dass sie eben entdeckt worden ist und rennt davon Shinobu und Nami wollen natürlich wissen, wo Robin ist, um mir zur Hilfe zu kommen Und auch Brook hat gehofft, boah geil, vielleicht kann ich jetzt endlich was anderes machen Außer einfach nur Essen zu besorgen Fuku Rokutsu, also der Anführer der Oni Wabanchu Schickt seine Leute los, Robin zu fangen Diese befindet sich mittlerweile wieder auf dem Bankett Und hier auf einem Panel Ist ein interessanter Dude im Hintergrund Der sieht so ein bisschen aus wie Shooten Maru Aber das ist einfach mal nur so nebenbei Robin will weiter Informationen sammeln Kumurasaki befindet sich auch dort und schmeichelt so ein bisschen zu Orochi ran Da kommt dann schon so eine andere Kurtesane und sagt Hey, ja, das ist die eine Seite von Kumurasaki Aber hintenrum ist sie ein bisschen anders Vielleicht, dass halt eben diese Leute dann teilweise umbringt Oder ihnen halt einfach das Geld klaut sozusagen Die Oni Wabanchu treffen mittlerweile auch auf dem Bankett ein Sie sollen das Ganze halt aber eigentlich nicht so sehr stören Denn sonst wäre der Shogun, also Orochi, in dem Fall ziemlich wütend Und Kumurasaki stellt Orochi eine Frage Und zwar ist sie ziemlich, nee halt Robin stellt dem Orochi eine Frage Und zwar ist sie ziemlich interessiert an Onigashima Oder war das doch Kumurasaki? Nee, das war glaube ich Robin Ja, Kiyoshiro ist natürlich auch auf der Party Und Orochi fängt dann plötzlich an zu erzählen Ja, man sollte Leute hinrichten Gefahren sind eben Gefahren und die sollte man so schnell wie möglich beseitigen Und natürlich redet er dort von der Prophezeiung von Toki Von vor 20 Jahren, wo sie sagte In 20 Jahren kommen 9 Samurai Und sie werden Rache einfordern Sie werden deinen Kopf holen Also das hat sie nicht so gesagt Aber das ist das, was Orochi halt rein interpretiert in diese Prophezeiung Und dann fängt er an, diese Story wieder zu erzählen Seine Leute sind schon mindestens ziemlich extremst genervt Denn diese Story erzählt er wohl andauernd Und jetzt, da es halt natürlich 20 Jahre nach dieser Prophezeiung ist Ist er sichtlich nervös Kiyoshiro freut sich Weil er hofft, dass Kinemon und die anderen Samurai kommen Damit er sie halt einfach niederschnetzeln kann Also der ist ein ziemlich gefährlicher Dude, glaube ich Orochi erzählt auch, wie extrem stark wohl diese neuen Samurai damals gewesen sind Die meisten anderen können sich an diese gar nicht mehr erinnern Reiso, Kanjuro, Kinemon, so extrem stark Kamen sie mir jetzt bisher nicht vor Ich meine, klaro, Kinemon kann ein bisschen Feuer schneiden und sowas Aber so extrem fand ich das jetzt eigentlich nicht Also mal gucken Aber vielleicht haben die ja uns noch gar nicht alles gezeigt Was sie eigentlich drauf haben Und sie sind wirklich, wirklich, wirklich stark Kinemon soll ja anscheinend auch so ein Mastermind sein Auch das kann ich bisher, was wir von ihm gesehen haben Nicht bezeugen Also irgendwie schwierig Auf jeden Fall erzählt Orochi weiter von dem Kutsuki-Clan Und dass er halt dabei war als Oden starb, etc. pp. Und die anderen Leute müssen sich schon wirklich so das Lachen verkneifen Weil sie finden diese ganze Geschichte einfach nur lächerlich Wie an irgendwelche Geister und sowas glaubt In einem interessanten Panel sehen wir auch erst Robin, wie sie da halt einfach so guckt Mit so einer ernsten Miene Und als Orochi von Oden erzählt, dass er dabei war, wie er starb Dann sieht man auch in dem nächsten Panel Kumurasaki, wie sie ihren Mund so öffnet Ja, also diese Verbindung Kumurasaki ist gleich Yori wird immer, 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 immer klarer, finde ich Plötzlich kommt aus dem Bankettsaal, beziehungsweise außerhalb des Bankettsaals ein lautes Lachen Und zwar Otoko, die kleine Dame, die bei Kumurasaki immer dabei ist Die andauernd lacht und grinst, selbst wenn sie heult Fängt richtig an zu lachen Und Orochi bemerkt das und wird richtig, richtig pisst Er zieht sogar sein Schwert und will auf die Kleine losgehen Ich meine, der würde einfach mal ein kleines Mädchen töten Wie krass ist das denn? Aber so ganz schafft er es nicht Denn Kumurasaki stellt sich in den Weg und gibt ihm einfach mal so ein richtig fetteres Backchelle Was hat er, was machst du hier meine Kleine an, was? Und dann rasten die Leute plötzlich richtig aus Und weil niemand schlägt Orochi und kommt ungestraft davon Auch Robin hat sich schon mit ihrer typischen Pose aufgemacht, die Kleine zu retten Aber war nicht nötig, da Kumurasaki war Und hier finde ich es so ein bisschen interessant Wir sehen nämlich auf einem Panel, wie Orochi vorne steht Mit seinem Schwert gezückt Und Kumurasaki steht relativ, also ich würde mal sagen, 3, 4, 5 Meter bestimmt dahinter Und plötzlich steht sie halt so vor Orochi Ist sie vielleicht ein bisschen schneller, als man denkt? Und auch der Schlag, den sie ihm verpasst hat Einfach mal einmal so batsch und der richtig so Aber richtig extrem Ich glaube, die ist wirklich stärker und schneller, als man eigentlich denkt Ich glaube, sie kann wirklich kämpfen Und auch da wieder, warum kann sie denn kämpfen? Was will denn so eine Kortesane mit dem Kampf? Naja, wenn sie Hiyori ist, will sie natürlich Rache an Orochi Und dieser ganze Plan, dass sie halt eben so eine Kortesane ist Und halt die berühmteste und bekannteste Kortesane Damit hat sie halt die größten Chancen an Orochi ranzukommen Und das Ganze zu infiltrieren Würde auf jeden Fall herpassen Auf jeden Fall sagen alle, die Kumurasaki sollte abhauen Sie sollte sich hinknien und um Verzeihung bitten Aber sie steht einfach da Sagt, ich bin die Tochter eines Kriegers Ich werde nicht um Verzeihung betteln Und das ist richtig, richtig mutig von ihr Orochi allerdings findet das nicht ganz so geil Und verwandelt sich direkt mal in seine Yamato no Orochi Form Und ja, also er hat wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Köpfe Also tatsächlich wie der echte Yamato no Orochi Aber er sieht so ein bisschen aus Ja, wie kann man es beschreiben Wie so ein Kaido Drache mit 8 Köpfen Aber halt in so einer lustigen Comic Form Also er sieht halt nicht ganz so angsteinflößend aus Ein bisschen mehr, ja lächerlich So große Augen und alles Und ja Ja, jetzt nicht ganz so geil finde ich Robin schnappt sich die kleine Otoku Und rennt davon Die Oni Wabanshu entdecken aber Robin Und plötzlich kommt eine interessante Szene Denn Kiyoshiro steht auf Sagt, oh oh Fängt an zu lachen Und sagt, jetzt kommt wohl ein Blubbad Und hier ist jetzt halt die Frage Was macht Kiyoshiro als nächstes? Wen will er denn angreifen? Variante 1 Er greift die Oni Wabanshu an Um Robin und Otoku zu retten Ob es jetzt wegen Robin ist Oder vielleicht wegen der kleinen Otoku Sei jetzt mal dahingestellt Würde aber eigentlich wenig Sinn Innerhalb der Story ergeben Wieso sollte er den 2 helfen? Er ist ein Yakuza Boss Macht nicht wirklich Sinn Variante 2 wäre halt natürlich Er will den Oni Wabanshu helfen Robin zu töten Das wäre schon eher vorstellbar Dass er sich da jetzt einmischt Wobei er halt Ja Wobei man da sagen muss Woher soll er jetzt so schnell checken Dass Robin irgendwie eine Gefahr darstellt Und nicht einfach nur irgendeine Kutisane ist Die die Oni Wabanshu halt suchen Deswegen Aber Variante 3 Wäre interessant Und zwar Yamato no Orochi hat sich ja richtig vor Kumurasaki aufgebaut Und will sie als nächstes angreifen Und Kiyoshiro und Kumurasaki haben ja so eine gewisse Hier Liaison Verbindung Wie auch immer Stehen sich auf jeden Fall irgendwie nahe Könnte es sein Dass Kiyoshiro tatsächlich Den Shogun Orochi nun angreift Tötet Oder beziehungsweise zumindest verletzt Und das wäre halt richtig heftig für die Story Denn Kiyoshiro wäre damit ein Verräter Der könnte also nicht mehr dort auftreten Wäre wahrscheinlich nicht mal mehr der Yakuza Boss Letzten Endes Sondern müsste sozusagen mit Kumurasaki zusammen flüchten Und zum Anderen Stellt es halt diese These mit Kumurasaki und Hiyori wieder Ja in ein anderes Licht Denn Hiyori ist ja damals verschwunden Zusammen mit einem Retainer Das Gesicht des Retainers Haben wir nie zu Gesicht bekommen Das war immer durch diese eine Durch den Strohhut verdeckt Wir wissen auch nicht Wo er denn heutzutage eigentlich ist Ob er noch auf Warnruhe ist Ob er tot ist Whatever Und jetzt kommt halt die Sache Was wäre wenn Kiyoshiro Dieser Retainer ist Es würde diese Liazor zwischen beiden erklären Weil die halt eben schon seit 20 Jahren miteinander abhängen Es würde erklären Warum er jetzt seinen Move macht Wo Kumurasaki in Gefahr ist Und es würde halt auch erklären Wer der Retainer ist Und wo sich dieser befindet Also es wäre schon wirklich interessant Er wirkt an sich ein bisschen jung Muss man sagen Ich meine immerhin sind wir Ihn und Hiyori 20 Jahre ins Land gestriffen Aber was wäre wenn er damals schon relativ jung gewesen wäre Sagen wir mal Er war vielleicht damals 16 Ich meine in der One Piece Welt mit 16 zu kämpfen Ist jetzt kein Oh nein das geht nicht Dann wäre er heute zu Tage 36 Das könnte ich mir so gut vorstellen Und Hiyori und der Retainer Sind halt nicht aus Wano Kuni geflohen Sondern sie haben sich in Wano Kuni versteckt Bis so ein bisschen Zeit gewachsen ist Sind dann wieder in das Flower Capital gegangen Und haben sich da halt sozusagen Ein Leben aufgebaut Sie Eine Kotesane Er Der Yakuza Boss Aber das haben sie nicht gemacht Um dort weiterhin zu leben Nein Denn das Ganze ist einfach nur ein perfider Plan Um sich über lange Zeit hinweg Langsam bei Orochi einzuschleimen Ihn zu infiltrieren Um ihn dann hinterrücks zu ermorden Irgendwann wenn sich die Zeit ergibt Und das wäre halt wirklich eine geniale Story Und so könnten man dann sagen Kumurasaki und Kiyoshiro Werden sich möglicherweise irgendwann Der Strohhut Ming Samurai Allianz anschließen Das wäre geil Das wäre wirklich geil Naja Ich hoffe auf jeden Fall wie immer Diese kleine Review hat euch gefallen Ich hoffe das ging jetzt nicht zu lange Ich glaube immer nicht Wenn ja Wisst ihr Lasst den Daumen nach oben da Seid ihr neu auf dem Kanal Klickt einmal auf dem Abo Button Um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen Wenn ihr mir mal beim Zocken zusehen wollt Momentan hauptsächlich League of Legends Dann kommt doch einfach auf Facebook live vorbei Dort streame ich hin und wieder mal Und in Zukunft werde ich dort auch ein paar mehr Anime Videos streamen Beziehungsweise ein paar mehr Anime Livestreams machen Wo ich mit euch rede Wo wir über irgendwelche bestimmten Themen sprechen Wo ihr mir Fragen stellen könnt Und so weiter Und ja Wie immer wünsche ich euch Viel Spaß Und haut rein Peace out